Betti füllt das Rückwärts und knallt den noch da in die Säule rein, der will mich kaputt landen. Dem wird das perfekt, oder? Ich kann nicht mehr. Das bist du armer. Wenn da gleich die Polizei dient, die kommt nicht nach Hause, die kommt nicht nach Hause. Da fährt ein Lattenrost rum. Das neue Lattenrost von Ikea. Lattenrost Riscandal. Auf jeden Fall sieht man überall, wo sie ist. Das ist eine kaltes Werbung. Sie können alles mitnehmen, sofort. Ja, kleine, kleine Bitter aus der Bitter in die Säule mit. Das ist ein Werbung. Das wäre das Lattenrost. Das ist eine Kalk neugierze. Die Schlepp könnten keine Anzeigenz, die wir mehr auf der Bitter in der kleinen Regarde. Das ist eine Karte auf der Bitter in der Bitter in der Bitterключäte.